Achso, ich hab jetzt mal ge-e-code, weil der eine nichts gekauft hat. Ja, aber ich hab 5000. Ich hätte auch kaufen können, aber ich hab gedacht, ich mach mal wieder Mate. Warum willst du welche machen? Nein, ne, waren... eins? Das ist das Ungern, sieh. Der letzte hat zwei HP, zwei, zwei HP hatte. For real? Diese shit Bussin. Jeder Bussin einfach hier bei dem Cam. Die Map ist schon sick, muss ich sagen. Was heißt Krav Maga? Die Map ist advanced gameplay-only. Greif, man. Greif. Stop, Greif. Box. WTF? Was ist passiert? Der hat mich gejumpshotelt. WUH! Nein! Links kann der kommen, der kann links pushen. Side, der andere Side. Nils ist nicht da. Oh mein Gott! Die gleiche Playlist aber. Die Plant Location ist scheiße, weil die kommen auch tatsächlich von hinten. Ja! Ja! Äh, Coven hier. Könnte auf einer durch diesen Black Neck zu der Side gehen. Durch den Verbinder. Ja! Ja, da war er auch. WUH! Pass auf, einer von den Silber 1 und die anderen sind so... Ich lobe. Ich bin Rosco. Ist also krass geil. Ja, Mann. Mit! Mein Gott, Alter. WUH! Was? Oh, der hat mich... Du Bastard, Alter. Hello. Du... Boah! Ich bin ja schon close. Ich bin ja schon close. Ich hätte das wahrscheinlich richtig aufnehmen sollen. Ich bin schon durch. Was? Hinter dir, hinter dir! Was? Hä? Du hast ihn getötet. Durch die Wand, ja. Oh! Was? Ich bin nämlich so lange nämlich die Generatoren rushen. Wir haben ja jetzt schon zwei. Der hat mich getötet fast. Aber nur fast? Das ist voll krass, dass du das so gut hinbekommst. Ich geh mal's gleich down. Haha! Nein! Äh, ihr habt den voll verarscht. Oh. Aber wo das einmal geht, halt aufpassen. Jetzt nur noch eine. Einen Schritt. Oh mein Gott! Haha! Was denn? Ich... Danger Zone ist die AK Asimov drin. Danke. 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 Danke schon. Oh. 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 Hey. Vielleicht kriege ich so 100 Euro. Haha! 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 Nichts! Ach du braun, Mann. Du bist so lange. Du bist so lange. Du bist so lange. Ah. Unter dir. Hallo? Nein. Nee. Hä? Oh Gott! Er ist geflasht! Hä? Hä? Was ist denn das eigentlich für ein Farbenkreuz? Hä? Weißt du, welches jetzt? Achso, ich hab... Ja. Ich seh... Was ist passiert? Hä? Der trifft ihn nicht. Leck! Ich glaub, die können den nicht hitten. Ihe. Hä? Oh Gott... Hä? Ach. Die sind ganz Leute. Mit den foughten Das ist schon fair eigentlich. Ich habe bei mir einfach keine Ahnung. Hey, was? Oh, was? Oh, was? Hehehehe. Hehehe. Hehehe. Lol. Hä? Saved er jetzt? Ja, er wird schon probieren. Pff. Hahaha. Der ultimative Yoink. Der hat... 1 HP oder so. Was? Das war ein Headshot. Was? Very good shot. Schrei. Was ist das? từng hat er da. Kann ich auch noch mitbringen? Kann ich eine Orb mitbringen? Ja. Ja, ja, ja. Warum tut er gerade so als wird er unterdrücklich zu sein eigenes... Wer will die Orbs? Danke Hahaha Geil! Das ist der Fretzer Ich meine, das ist Cookies Das sind Cookies Schau, das ist einer Das war fucking sick Das war fucking sick Ohhoho! Goddamn Guck mal! Aha, kannst du das Ingame speichern mit F5 oder so Weiß nicht, ob wir da unten lang gehen, so ne gute Idee ist Höhöh Das war ja klar Ich muss auch mal nen Franz gucken. Gehst du denn mit? Ich hole nen Tap-D. Hehehehe. Ja, bereit. LOL! Geh zurück. Musik Musik Musik